So, und vielleicht finden wir dann nach. Mr. JJB! Mr. JJB! Welcome! Ein Herzchen für dich! Vielen, vielen Dank! Ein Herzchen mit Dach, damit es nicht nass wird. Ne, weil ich an dich denke. Ne? Ein Herz kann jeder. Ein Herz mit Dach ist richtig, das Ding. Vielen, vielen Dank dir, JJB! Pummeluf! Pummeluf! Guten Tag, meine Gottesanbeterin! Ich musste heute Monte erstmal suchen. Ich habe ihn nicht gefunden, bis ich ihn gefunden habe. Ich finde halt wirklich die Q, ich meine, sie wurde ja mal gebufft. Aber sie ist legit, meiner Meinung nach, einer der schlechtesten Spells im Spiel. Also fühlt sich zumindest richtig schlecht an. Ich finde den Spell richtig awkward. Ich bin so ein richtiger Hater davon, muss ich sagen. Ich kann mich noch ändern, wo Rakan damals rauskam. Die Q ging, die ging bis. Das war jetzt nicht so gut. Und wir sind wieder auf der Lane gefangen, kommen wir wieder nicht raus, toll. Guck dir das an, so outplayt man nämlich eine Katharina. So. Nein. Also, hier, also, ja. Guck dir das an, so outplayt man nämlich eine Katharina. Ich rede mit mir selbst. Also, ich hab sie schon outplayed, im Sinne, dass sie kein Damage auf mich gekriegt hat, aber sie wurde halt gecailt von dem Team. Tatsächlich 17 werden. Ich glaub, ich hab letztes Mal 16 bekommen. Und ich hab vorhin, glaub ich, nur 17 bekommen mit Wladimir. Der hat, glaub ich, ne Besser mehr als ich. Also, ich würd mich auf 18, sind wir fair 18. Zum Glück, hab ich mehr Kübuts. Ganz einfaches Ding. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen, potenziell mit Kate. Ah, der Games. Mein Geist steht noch da, aber... Mein Schatten, ich sag immer Geist. Nicht Bible. Das hatte ich letztens noch. Irgendwer hatte das... Der hat mich für geflamed. Das hier ist ja Ledorj. Das ist nicht Ryle, ist no party. So, wir können mal gucken. Kassadin! Ah! Kassadin! So, jetzt gehen wir direkt Botlane. Leute, wir sind angekommen. Shadow Assassin ist der Plan. Sieht auch gut aus. Die gehen nämlich sehr viele Fernkämpfer. Let it be, Leute. Auf Shadow Assassin macht manchmal richtig Bock. Silien! Äh? Walger! Äh? Victor mit Iceborne! Äh? Aber wir gucken mal. Ich würde aber eigentlich gerne für... Die haben halt hier irgendwo Vision. Ich würde aber übel gerne für die Jinx gehen. Was sagt du? Fiss, Mette mit Smites. Macht das Sinn? Wüsste nicht warum. Das hat mir... Das safe! Das hat mich übel nicht getroffen. Wetten nicht. Wetten, das hat mich nicht getroffen. Wetten nicht. Riot! Gute Arbeit, Jungs! Das schon. Aber das andere hat mich, wetten, nicht getroffen, Leute. So übelmäßig. Wir warten einfach hier. Oh, unsere Base wird gerade gekillt. Was ist denn hier los, Leute? Wir haben Baron. Was macht ihr da? Schafft ihr das? Oder schafft ihr das nicht? Ja, dann komme ich mal eben. Dann komme ich mal eben. Ist schon wieder ein AfK? Nee. Welcome! Ohoho! Go one-shotted! Die war einfach weg! Die war einfach weg! Die war einfach weg! Habt ihr das gesehen? Adi, Gary! Welcome! Na, 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 na. Sooo! Geht danach Lord Dominics. Nee, Lord Dominics. Was will ich denn mit Lord Dominics? Was will ich denn mit Lord Dominics? Ich brauche... Also wenn, dann brauche ich erstens noch Heal Reduce. Ähm, ja. Und ich brauche halt genau deswegen jetzt eine QSS. Ich habe zwar mehr Q-Boots, aber wenn ich mal auf Ash engage, werde ich halt instant den Pfeil abbekommen. I knew it. Dann werde ich gebeindet und dann sterben wir alle. All men must die. Okay, ich enter. Ich glaube, der ballert mich auch komplett aus dem Leben, der Boy. Ja, was ist denn eigentlich los 4-2? Hey, ein 1-5-Jasur macht das hier. Sag mal, hä? Sag mal, hä, wo ist denn hier die Gegner eigentlich? Atompilz. Wie viel Farmer hat Braum? 3. Der Atompilzsprung, Leute. Das Ding ist, wer hat instant gecharpt. Ich weiß nicht, ob ich alles rauskriege. Alla dalle! Also ihr könnt mir, you can tell me what you want, but this is broken. Reasonable damage, ja? Das ist so dumm. Das ist sogar noch dümmer als Katharina. Ganz, bin ich ehrlich. Alla dalle! Ja, der wird schon mal geschreddert. Das ist cool. Oh, jetzt Tower-Agro-Zack tot. Oh, nö! Ohohohohoho! Ohohohoho! Nö, nö, nö! Nö, bitte nicht, bitte nicht. Ich meine, er sieht mich nicht, oder er sieht den da oben? Ich bin ein Käfer. Ich bin ein Käfer. Okay, er passt. Is he win-trading? Your mom is trading Yu-Gi-Oh-Karts. Alter. Ahem, 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 ahem. Tode, maximale Tode, Leute. Und ansonsten der schlechteste Spieler, wie immer. Was ist das, F***ers? Wieso pingt er mich? Ich warte, er, erst, erst pingt er um Hilfe? Dude, you pinged for help. Erst pingt er um Hilfe? Dann will ich ihm helfen? Und wie kann man es einem recht machen? Dann ist es auch wieder nicht gut. Sag mal, Sapperlotti, if you burning in the head, are you raining in the door, oder was? Hä? Nee, kann man es den Leuten recht machen. Inzwischen. Young man. Das ist die Energy-Welle, Leute. Das ist die komplett verrückte Tentakelkrake, Leute. Und jetzt die Tentakel der Krakenschwimmer. Der Song ist übrigens über insane, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Das ist er, weil er einfach so schnell ist. So, und zwar. Mein Freund, der gute Onkel. Du bist so ein toller Mensch. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ohne dich könnten wir alle nicht. Und genau deswegen. Und nur deswegen. Kriegst du die magische Zauberkeule. Nein, doch. Die sieht so aus. Das hier ist der Stab und hier ist dieser Keulen. Mit dieser magischen Zauberkeule kannst du alles, was dir nicht gefällt, wegkeulen. Ähm, ja. Also die Macht ist in deinen Händen tatsächlich. Wenn dir nicht gefällt, dass du die Sin Inted keul ihn weg. Kannst du jetzt mal erklären, was das sein soll? Ruppellos. Okay, pass auf. Wenn, also Kerle gucken halt Filme. Und da machen die das vor. Und deswegen, wenn du dann halt einfach so. So, ungefähr. Mehr sage ich nicht. Das muss reichen. Wenn nicht, dann brauchst du mehr Fantasie. Ah, okay. Das war auch interessant. Nein, der hat ein Sturglas. Wirklich? Was? Der hat wirklich eine Stopwatch? Nicht sein Ernst. Ich meine, wenn habe ich sie... Ich meine, dass die diesen Baron machen, das ist traurig. Ich meine, wie lange haben die bitte jetzt den Baron gemacht, Leute? Jetzt mal ehrlich. Wie lange waren die jetzt an diesen Baron dran? 10 Minuten? 20 Minuten? Wir kommen halt so nicht weiter, ist das Problem. Yo. Jetzt, äh. Ich kümmer mich ja. Leute, der Hunger, der frisst mich auf. Es ist wirklich so, Leute. Es tötet mich jetzt. Ich leide. Ich leide, Leute. Ah. Na, ich meine, der Tierbukong hier unten den Inhib holt. Das ist gar nicht so bad eigentlich. Sogar der Botlin entnimmt. Der ist viel wichtiger, als der mit den Inhib. War eigentlich sogar gut. Hm? Leute, der Hunger, der frisst mich auf. Es ist wirklich so. Ich glaube, ich bin tot. Na ja, passt. Wir haben eure Ult gebetet, Leute. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Beim nächsten Mal killen wir sie. Ne? Ich glaube, ich habe nicht ein Mini gefangen, oder? Ah. Ah, laut. Inzwischen. Inzwischen. Bis zum nächsten Mal.